Ja, hey Leute, was geht? Hier ist mir mal euer QuicksGruppe Echse und heute zur 11. Aufnahme im neuen Jahr mit Michi wieder mal. Hallo. Im letzten Video habt ihr ja schon gesehen, dass wir... Fick dich, Alter. Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten, Alter. Mein Herzen. Okay, im letzten Fall habt ihr ja gesehen, ich bin gestorben. Das war nicht so sehr nice, aber naja, was würden wir machen? Äh, easy. Wir haben in dieser Folge so geplant, was wir 2015 machen, besser machen wollen und erreichen wollen. Wir Abonnenten! Leute, ich glaube, Michi hat heute mal wieder zu viele Drogen genommen. Speed! Pass auf, Alter. Wenn dich Polizei erwischt und du gehst zu schnell, dann musst du aufpassen. Ja, Leute, in dieser Folge, ich reiß auf jeden Fall mal den Baum ab. Weil, ja, Weihnachten ist ja vorbei und... Eigentlich wollte ich dir Michi noch was schenken, aber nee, lieber doch nicht. Ja, Leute, ähm, wieso liegt dein Schwert bei mir? Was hab ich dir geschenkt? Alter, kannst mich mal, Alter, nee. Warum? Das ist mein Pferd. Ich will dein Schwert nicht. Ich will dein Schwert nicht. Du kannst auch das haben, auch. Nee, nee, nee. Wie viele Schwerte, wie viele Schwerte einfach du hast? Alter. Ja, Leute, ähm... Ich bau an uns aber guten Stuben ein bisschen weiter. Da hilf ich dir. Sehr nett, sehr nett von dir. High five, high five. Ah! Ah! Alter. Alter. Ja, Leute, äh, 2015, was hab ich mir vorgenommen? 2015... Ja, also, 52 gehe ich ja arbeiten, dann auch schon, also, in 2.5 Jahren schon, und da mach ich eigentlich Money, 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 Money. Und da werde ich mir entweder eine Elgato, neue Xbox, oder, ja, da kaufe mir die One dann auch schon. PS4. Oder PS4, halt, muss ich nicht mehr überlegen. Kauf die PS4, weil ich aber auch eine, da kennen wir, zusammen geht die 5.5. Also könnte ich mir auch eine One kaufen. Naja. Ist doch egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Überlegen wir uns halt gemeinsam, mich und der Michi, was wir so Neues bringen können. Ähm... Ich und der Krali haben auch schon was Neues geplant, aber ich will nicht spoilern. Passt. What? Ah, die Musik passt gerade richtig raus, Alter. Ähm... Ja, also, in der letzten Folge habt ihr gesehen, ich bin gestorben, was richtig scheiße einfach nur war. Ich bin... Nach der Aufnahme, ich hatte mich ein bisschen richtig ausgerastet, weil... Ja... Das einfach nur richtig scheiße war. Und ich hätte mir gedacht, ja, wir gehen später dann noch ins Nether, wärst du auch dabei? Mhm. Ja... Nochmal drauf gehen. Ja, nochmal drauf gehen. Ist schon nice. Ist schon nice. Mir spaß, Leute. Dann haben wir echt keinen Bock mit nochmal, Alter. Ich muss die Musik sagen, ich bin schon laut. Bisschen leiser stellen. Ja, wär, wär schon nice. Ja, auf jeden Fall, ähm... Ja. Und ich habe mir noch ein Skin gemacht, wo hinten Michael drauf steht. Das ist echt nicht nass. Zeig mal, zeig mal. M. M, ja. Ab und her. Michael! Du bist schon wieder am Lügen hier, Alter, ja? Ne, ne, ne. Ja, 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 ja. Michi, ich kenn dich schon. Ich kenn dich schon. Ja, ja. Ich kenn dich auch. Echt jetzt? Ja. Es ist aber nicht gut, wenn du mich auch kennst. Ja, es ist blöd. Scheiße. Ich glaube, ich brauche eine neue Identität. Mhm. Das brauchst du. Michi, wehe. Du verfolgst mich jetzt. Wie weg von Österreich nach Deutschland. Töllen. Ich komm zu Österreich. Ähm, letzte Aufnahme. Bad Wars, äh, die aktive Folge, die war irgendwie voll gefehlt, ähm, bei dem es nicht sehbar war. Schreibt es mal in die Comments, ob ihr es nicht sehen konntet, oder was da einfach gestanden ist, was ihr nicht sehen konntet, ähm, weil bei mir ist da gestanden, ähm, am Handy dann, ähm, das irgendwie das Video nicht verfügbar sein soll, und, keine Ahnung. Und, keine Ahnung. Ich habe schon, äh, anscheinend wieder Musik von jemand anders benutzt, was natürlich nicht stimmt, weil, ich hab aber den Nutzer von dem gefragt und der hat mir die Rechte dazu gegeben. Und, ja. Egal. Ist mega. Genau. Ja. Ähm, das was du da gebaut hast, dein Vorbau. Was machen wir da rein? Das Wohnzimmer, oder? Ja, hätte ich mir auch gedacht. Okay. Wenn du drauf hochkommst? Ja. Können wir machen. Dann passt, ja. Hast du irgendwie die Redstone-Blöcke oder die Lapisla-Zulie-Blöcke? Lapisla-Zulie-Blöcke? Warum ist da ein Egg? Du hast das eine in der Hau und, nicht ich? Ja, das ist dann gelegen. Das ist das so gelegen. Ich war nie auf dem Server drauf. Ach du. Ach du Kacke, was ist hier alles drin? Ah, das gehört mal geordnet. Eindeutig. Eindeutig. Ja, das gehört mal geordnet. Wieso steht der Zaubertisch hier? Ach so an, dass ich auf R1 fahre, verzaubern konnte, so wie es gemacht. Ja, stimmt. Ist auch eine gute Idee. Ja, Leute, vor der Ausnahme ist uns ein großes Missgeschick passiert. Ich weiß nicht, merkt man das, glaube ich, eh nicht. Ich sehe ein Creeper explodiert. Ja, da. Alter. Vor der Ausnahme haben ich und mich uns noch so richtig behindert gespielt. einfach mal, weil wir keine Hobbys haben. Ja. Hashtag noch Hobbys. Hashtag noch Homo. Ja, noch Hobbys. Ja, und noch Homo. Ja, okay. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Dann schreibt es mal in die Kommentare, was ihr besser findet. PS4 oder Xbox One? PS4 ist besser. Die Hardware ist viel besser. Ja, muss nicht immer sein. Ich habe von vielen Freunden schon gehört, die haben in der Woche fünfmal Systemabstütze. Die haben sich dann eine Xbox One besorgt. Aber ja, ich möchte jetzt mal von euch wissen, wie es euch dabei gegangen ist, wie ihr euch die PS4 gegönnt habt oder Xbox One jeweils halt. Ich würde mich mal bitte interessieren, damit ich also auch weiß, was ich mir später kaufen soll. Ja, kaufen soll. Genau. Hast du eine Spitzhacke? Ja. Eisen? Ja, ja. Irgendwas halt. Ja, ja. Du könntest das Lager vielleicht ein bisschen... Nein, mach ich gar nicht. Wenn du Bock hast. Wenn du Bock hast. Wenn du Bock hast. Wenn ich Bock habe. Ja, ich hab Bock. Wenn du drauf Bock habe. Tür, der geht zu. So jetzt. Haben wir schon über Unge und Mediakraft geredet mal? Nee. Nee, haben wir nicht geredet, gell? Ja, ähm, Leute, wie ihr ja wisst, ist ja das mit Unge und Mediakraft passiert. Und ähm... Genau. Ja, wahrscheinlich, oder? Mhm. Ähm, ich glaub da wiederum Unge nicht so. Also ich... Alter, das geht sich ja gar nicht aus, Leute. Oder? Ja, ähm, Unge hat ja gesagt, dass sie ein paar Regelverstöße gemacht haben. Und Mediakraft hat ja auch gesagt, ähm, es passt alles. Das verstehen wir nicht. Keine Ahnung. Schreibt es uns mal in die... Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da weitere Informationen darüber wisst. Weil, ähm, so viele Informationen, ehrlich gesagt, wissen wir da jetzt auch nicht. Alter, ich... Willst du mich verarschen? Jetzt verbaue ich mich zum fünften Mal nach zwei Stufen. Ich glaube mir, dass Unge spielt halt, Unge jetzt, ähm, das nur viel Geld gemacht hat. Ja, ich glaube auch eben, weil... Es ist echt überraschend gekommen, ja, äh... Von 0 auf 100 hat er einen neuen Channel, hat der... Ja... Wir kennen uns da eben auch nicht so aus. Würde uns freuen, wenn ihr uns das in die Kommentare schreibt, wenn ihr mehr wüsstet. Und... Ja... Ja... Wir gucken einfach mal, Just for Fun, wollten wir kein Video bringen, ja? Ja? Ja, wie soll die Blutalen, Alter? Ja, nee, Spaß. Ja... Ja... Also ich finde das sieht nice aus. Könntest du mir ein paar Fackeln machen und die hinten im Raum... ...verteilen, weil, äh... Ich will nicht, dass die Monster spawnen. gerne ich muss mein mann im detail sortieren es ist richtig aus ich kann auch mal die ganzen sachen wieder dann verstorben was haben wir echt hier also ich hab das hier echt ein bisschen fehl gebaut warum schau mal das ist voll um ungerade warum das passt ja hier sind doppelstufen noch ja ja aber da ist da das noch ein schlitz ich mach mal den unteren unteren bereich mal fertig wäre es voller künstler noch und der schade wie blöd aus bisschen verschönerung in unserem haus ich finde es echt so scheiße leute dass ich jetzt schon am anfang gestorben bin das mich einfach nur richtig aufregt weil wir haben das ja mit einem leben eigentlich gestartet und jetzt müssen wir das ändern ein hardcore ich halte es einfach mal kurz meine fresse was ich bin scheiße schon wieder hier zusammen das bekämen was zu sagen eigentlich nicht aber wir könnten so ein projekt starten es wäre ganz lustig an ist das macht jetzt unge und den auch und es ist ein plug-in wenn einer steht ihr habt dann stirbt andere auch das ist voll witzig st 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 meinst du selbst der reichler ist voll witzig wir müssen schon wieder wie sich das mit den servern so ausgeht denn wir machen ja noch kein geld mit youtube noch lange nicht das ist das schlimmste Alptom alter schaue schaue dir das schaue dir das an nur wegen dir habe ich ein leben verloren woran wegen mir nicht gegen die woher ist so ein er er wir werden das netter ab ne ne echt nicht wenn ich wieder alles vom neu aufbauen ja 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 irgendwas wollte ich sogar noch sagen als weiß ich jetzt auch nicht mehr ähm ihr könnt mir unter die kommentare schreiben ob dir mal ein modpack ob wir so mal was vorstellen sollten oder gleich das der ganz neu ist ich spiele auch gerade mit dem freund als mit dem kranich bin ich auch fiete bist gerade also wir versuchen dass wir es hinbekommen aber ihm funktioniert das irgendwie nicht und das ist ja das ist kacke ich war da an unseren kleinen Keller seine kleine paar Plantage hin das ist ein bisschen besser aussieht wer so der der Baum hier sieht nicht schon wichtig dann mache ich doch schöner ich muss jetzt was austesten also da haben wir so und jetzt wird bald auf den auf den kanal neues intro wird der ball kommen von mir was ich gemacht habe es wird richtig nice leute ich weiß das schon dass das richtig nice wird also ich hab ich hab selber noch nicht gesehen leute also ich verspreche ich hab's noch nicht gesehen vielleicht wird es auch in dieser aufnahme schon sein du hast mal gesagt krani sollen intro machen und nicht und die zuschauer sollen dann abstimmen was besser ist ja aber der kleine hat gerade überhaupt keinen bock auf irgendwie intro machen also wird das ein bisschen kritisch kritischer hase spitze lange nase ja ähm es ist hier übrigens ein loch what the fuck so ich brauche eine blume hast du eine blume? ähm ne aber setzlinge ich brauche eine blume doch da sind drei blumen das sind auch noch mal drei blumen ich bin auch zu blind ähh haben wir ein wasser ne kannst du eigentlich machen ok also ich hab jetzt keine willst du den ersten Stock hier machen oder darf ich den machen oder wenn wir das tun machen dann mach du ihn ja ich brauche mir noch Holz das Dachgeschoss kann ich nur machen halt vom aussehen her als du willst ja ja kannst du gerne machen kannst du dir gerne kannst du dir gerne kannst du dir gerne machen alter mann ich denke einfach nicht nach Leute ich mach einfach ich hab heute mal wieder so Probleme ich hab heute mal wieder so Probleme ich hab heute mal wieder so Probleme ich mach hier jetzt mal alter ich such kein Holz ok doch eigentlich schon ja das dann mach ich noch und dann ist die Aufnahme eh schon wieder vorbei ok deshalb machen wir gleich noch eine Aufnahme ja genau so wo ist eigentlich die Kohle dies oben rechts in der chest so dann mach ich das hier weg so und die Stufe noch hin dies links nicht rechts ich hab heute wieder mal solche Fehlgeburten hier anbauen ja Leute Fehlgeburten und ja ich bin eigentlich komm ich nicht mehr raus oder weil wir hier kein mh doch haben wir doch haben wir doch haben wir ja Leute das war schon wieder der Online also wir haben schon wieder 15 Minuten also wir haben schon wieder 16 Minuten diesmal waren wir bisschen produktiv ja also ganz wenig ich hab heute also wir haben heute schon einiges mehr geschafft hier unten haben wir einen Daumen fast fertig den haben wir auch fertig jetzt gleich naja fertig es wird nie was fertig Leute also ja dann eigentlich bis zum nächsten Mal und dann sagen wir Daumen bis zum nächsten Mal Tschüss es wirdщее